Hallo, liebe Neurofeedback-Interessentinnen und Interessenten. Sie haben Neurofeedback schon mal kennengelernt oder davon gehört und möchten nun Neurofeedback als Heimtraining selbst durchführen. Das ist eine gute Entscheidung. Ich freue mich, dass Sie dies mit dem eSense eGenius tun wollen von Mindfield. Das Gerät ist ein hochmodernes, aktuelles Neurofeedback-Trainingsystem, welches speziell für das Training in den eigenen vier Wänden oder in welchem Umfeld auch immer durch den Endanwender, Sie in diesem Falle, entworfen wurde, darauf abgestimmt wurde und im Zusammenspiel und in der Begleitung eines Supervisors oder einer Supervisorin erfolgen wird. Insofern, in diesem Video möchte ich Ihnen in aller Kürze einmal erklären, wie Sie die Elektroden platzieren, wie Sie das Gerät in Betrieb nehmen und am Ende dann dieses Videos Sie mit dem Training loslegen können. In einem separaten Video wird darüber hinaus die Trainings-App, die Web-Applikation unter eSense-eGenius.com im Detail erklärt, wie Sie also dann das Training machen und so weiter. Hier geht es jetzt also wirklich nur um das grobe Gerät anschließen, Elektroden platzieren und wir schauen uns gleich als nächstes dazu erstmal das Zubehör an, was Sie dazu benötigen und das Gerät selbst. Als allererstes gehe ich davon aus, dass Sie den eSense eGenius bereits haben oder in Kürze bekommen. Dazu haben Sie mit uns eine Vereinbarung getroffen und unabhängig davon benötigen Sie zusätzlich einmalig ein sogenanntes Starter-Set. Und dieses Starter-Set können Sie bei uns im Shop bestellen. Ich zeige Ihnen einmal meinen Desktop hier, wo ich bereits auf dem Mindfield-Shop bin und dort finden Sie unter Zubehör, Verbrauchsmaterial in der Übersicht ganz am Ende das eSense eGenius Starter-Set. So ist es im Moment, vielleicht bekommt es noch einen prominenteren Platz im Shop. Mindfield-Shop.com Dieses Starter-Set müssen Sie einmalig kaufen und ich zeige Ihnen gleich, was darin enthalten ist. Das ist das, was Sie persönlich für sich benötigen, um ein Neurofeedback-Training mit dem eSense eGenius zu machen. Auch aus hygienischen Gründen bekommen Sie hier Ihre eigenen Elektroden, Ihre eigene Kappe, wohingegen das Gerät und die Kabel jetzt durchaus auch mit mehreren Personen verwendet werden können. Aber das ist Ihr individuelles, eigenes Starter-Set. Schauen wir einmal uns an, in der Überkopfkamera, was darin enthalten ist. Wir brauchen, beziehungsweise wir gucken nochmal hier in der großen Ansicht, wir brauchen natürlich eine Kappe. Eine Kappe, die darin enthalten ist und die eine Spezialanfertigung darstellt, speziell entwickelt für ein Neurofeedback-Heimtraining, so dass es Sie in die Lage versetzt, selbst die Elektroden bei sich anzulegen. Nun muss ich zugeben, bin ich ein ziemlich passender Testkandidat aufgrund meiner Frisur. Aber Sie sehen schon, es ist einfach, die Kappe aufzusetzen. Ich ziehe sie noch ein bisschen an den Seiten zurecht. Und so sollte die Kappe dann sitzen. Auch mit mehr Haaren geht das problemlos. Und Sie sehen schon, es gibt hier so drei weiße, eingenähte Markierungen. Das ist in etwa die Mitte. Wenn man das am höchsten Punkt des Schädels platziert, in etwa, kommt man auf Cz. Das ist eine Position des internationalen 10-20er-Systems zur Platzierung von Elektroden. Und dann haben wir hier C3 und C4 auf dieser Achse hier, sozusagen auf dieser Querverstrebung. Um diese Kappe aufzusetzen, müssen Sie diese einmal hier mit dieser Schnalle einstellen. und können dann ziemlich leicht den Umfang verändern. Können es sehr viel kleiner machen oder sehr viel größer machen. Und wenn Sie einmal den für Sie idealen Umfang gefunden haben, der gut sitzt, ohne dass es drückt. Es darf nicht drücken. Und es muss so sitzen, dass die beiden Seitenteile hier, also die können Sie hier an der Seite verschieben. Die kann ich hier hin und her ziehen, entlang dessen. Das sind diese Schlaufen. Die sollten sich genau gegenüber sein, die Schlaufen. Und es ist wichtig, dass diese dann über den Ohren sitzen, wenn Sie die Kappe aufziehen. Ja, sodass Sie also ein bisschen die Kappe hin und her verschieben können. Und dann, dass wir hier an den Seiten, an den Ohren, die Querbände haben. Ich hoffe, das ist soweit klar. So wird die Kappe aufgesetzt. Sie darf nicht zu stramm sitzen. Sie braucht nicht zu fest sitzen. Sie soll hier nicht Ihnen irgendwie das Blut abschnüren und stören. Sie kann locker sitzen, sodass es hier oben möglich ist, eine Elektrode, eine einzige Elektrode, unter dieses Gummiband hier drunter zu schieben, sodass es von diesem Gummiband in Position gehalten wird. Das ist erstmal die absolute Standardableitung. Eine Elektrode an CZ hier an der Mitte, also mittig, sowohl aus dieser Richtung hier gesehen, als auch mittig in der Richtung gesehen. Natürlich können Sie mit Ihrem Supervisor andere Uplight-Positionen vereinbaren. Das müssen Sie individuell dann entscheiden. In diesem Video zeige ich die Standardableitung an CZ für ein Training, zum Beispiel von Aufmerksamkeit und Konzentration. So, diese Kappe ist also Teil des Starter-Sets. Und sie kann auch, es ist eine Gummikappe, sie kann auch mit lauwarmen Wasser mal gereinigt werden. Das ist kein Problem. Jetzt schauen wir mal auf den Rest des Starter-Sets. Wir haben eine kleine Flasche Tropf, eine Tropfflasche mit Kochsalzlösung. NACL 0,9% wird von uns hier abgefüllt. Und das ist eine Tropfflasche. Das bedeutet, wir haben hier so einen Pipettentropfer, können mit Drücken hier oben auf dieses Gummiteil die Kochsalzlösung aufsaugen und dann durch rausdrücken wieder langsam raustropfen lassen, wie Sie sehen. Das ist mit dabei. Und das ist unser Elektrolyt. Das ist das, was die Leitfähigkeit hier für die Ableitung am Kopf herstellt. Kochsalzlösung ist also komplett ungiftig, physiologisch. Einfach Wasser mit ein bisschen Salz. Dann haben wir drei Ohrelektroden mit dabei, wovon Sie nur zwei benötigen. Eine ist eine Ersatzelektrode. Zwei benötigen Sie, ein Ersatzteil mit dabei. Und das gleiche gilt für die Kopfelektroden. Das sind diese beiden hier. Eine benötigen Sie, eine ist eine Ersatzelektrode. Diese Elektroden haben allesamt ein kleines weißes Filzplättchen mit drin, welches Sie ganz einfach hier mit dem Fingernagel so entnehmen können und wieder reinsetzen können. Und dieses Filzplättchen, können Sie sich jetzt vielleicht schon denken, gilt es mit der Kochsalzlösung, mit der Pipettenflasche zu durchfeuchten. Ja, also so, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Da reichen in der Regel einige wenige Tropfen aus der Pipettenflasche. Probieren Sie mal so fünf bis acht Tropfen aus, sodass dieses Filzplättchen von beiden Seiten gut feucht ist. Wir empfehlen es rauszunehmen, zum ersten Anfeuchten und zum Beispiel in eine kleine Schüssel zu legen. Ja, da habe ich jetzt hier einfach mal so eine kleine Schüssel, einen kleinen Teller dorthin reinzulegen. Aber mit etwas Erfahrung können Sie das auch im Prinzip in der Hand machen und einfach ein paar Tropfen draufgeben, ein bisschen das Ganze einmassieren, sodass dieses Plättchen genug feucht ist. Und dann wird es eben hier in die Elektrode eingelegt. Der eSense eGenius selber, den zeige ich Ihnen jetzt nochmal in groß. Das ist das Gerät. Eben groß ist es nicht, es ist eigentlich eher klein. Und es hat drei Kabel dran. Ein schwarzes, ein weißes, ein gelbes. Das ist sowohl hier an den Steckern so farblich so gekennzeichnet und auch hier nochmal an den Enden so gekennzeichnet. Und das sind Druckknopfkabel und die Elektroden haben das entsprechende Gegenstück als Druckknopfanschluss. Gleichzeitig haben wir hier noch eine Halterung, womit das Gerät bequem hier an der Kleidung fixiert werden kann und auch sollte und muss, damit es von den Kabeln, Sie sehen, die sind recht kurz. Je kürzer, desto besser, desto besser ist die Signalqualität, desto weniger Artefakt anfällig gegen Bewegungsartefakte ist das Ganze, desto besser und desto kürzer, die jetzt hier gleich angeschlossen werden. Und zurück zu dieser Ansicht. Das ist, wie gesagt, das Verbrauchsmaterialset von den Filzplättchen, sind jede Menge mehr noch dabei, aber sie haben drei Elektroden für die Ohren. Das sind solche Ohrclips. Die werden einfach genommen und dann mit dem Kabel dran natürlich und dem feuchten Plättchen hier ans Ohr gesetzt. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam einmal. Und dann zeige ich Ihnen im Weiteren nochmal den Webbrowser. Und dann geht es auf die eSense App und da zeige ich Ihnen kurz, wie Sie sich mit dem Gerät verbinden und die Impedanzen gut einstellen. Das bedeutet, dass der Hautkontakt auch wirklich gut ist, denn nur dann können Sie ein gutes Training durchführen soweit. Gut, wir wollen jetzt im Weiteren also das Verbrauchsmaterial einmal benutzen und eine ganz normale Trainingsableitung machen. Dazu setze ich mir als allererstes einmal die Kappe auf, nachdem ich sie eben für meine Kopfgröße bequem eingestellt habe und schiebe sie so hin, dass sie gut mittig sitzt. Das kann man vor dem Spiegel machen. Das kann man dann eben auch hier fühlen, wo die Markierung ist. Deswegen ist sie so eingenäht, sodass ich dann die Elektrode da gut runterschieben kann. Also Schritt 1, Kappe einstellen, aufsetzen, gucken, dass sie gerade sitzt, dass sie bequem sitzt. Nächster Schritt. Ich brauche die Kochsalzlösung und ich brauche die Filzplättchen. Ich lege mal eine Elektrode, die wir nicht brauchen, beiseite und auch hier nochmal eine von den beiden Elektroden, die wir jetzt nicht benötigen, zur Seite, sodass wir wirklich nur noch diese drei Elektroden haben. Auch die anderen Filzplättchen brauchen wir nicht. Und hier sind schon jeweils die Filzplättchen drin. Die Filzplättchen halten viele Messungen aus. Sie müssen nur beachten, dass sie diese mal nach der zweiten, dritten Messung oder alle zwei bis drei Messungen mal mit normalem Wasser, am besten natürlich destilliertem Wasser ausspülen, aber normales Leitungswasser tut es für einige Messungen auch. Und ich würde sie spätestens nach zehn Messungen durch ein neues Filzplättchen ersetzen. 15 Stück sind, glaube ich, mit im Starter-Set drin. Da können Sie also 50 Messungen oder sogar 100 Messungen, wenn man es ein bisschen seltener versetzt, mitmachen. Sie können natürlich diese Elektroden und die Filzplättchen bei uns auch nachkaufen. Genauso Kochsalzlösung bekommen Sie in jeder Apotheke. Und können Sie mit einem kleinen Trichter hier selbst reinfüllen. Irgendwann muss man das mal nachfüllen, aber das hält auch für sehr viele Messungen, diese kleine Flasche. So, ich nehme jetzt erst mal die Filzplättchen raus, wie ich sagte, aus den Elektroden. Und lege sie hier auf meine Unterlage und befeuchte sie. Nehme sie dazu ruhig in die Hand. Da kann jeder so ein bisschen seine eigene Technik entwickeln. Später kann man das auch in den Elektroden machen. Aber gerade am Anfang, um sicherzustellen, dass das Ganze gut durchfeuchtet ist, macht es Sinn, es auch mal von beiden Seiten hier mit der Tropfflasche zu betropfen. Und wenn man das Gefühl hat, das ganze Plättchen ist gut durchfeuchtet, dann nehme ich mir das nächste und gebe auch da ein paar Tropfen drauf. Und aus hygienischen Gründen sollte natürlich die Spitze hier, das habe ich jetzt ein bisschen falsch gemacht, nicht das Ganze berühren. Auch das ist gut durchfeuchtet. Einen Tropfen können wir noch. Dann nehme ich noch mal neue Tropfen auf. Und wenn das Filzplättchen in der Elektrode sitzt, dann können sie das auch direkt so drauf tropfen. Jetzt haben wir hier alle drei Filzplättchen gut durchfeuchtet. Wenn sie merken, dass das noch nicht ausreicht, dann können sie immer zum späteren Zeitpunkt das noch mal mit drauf geben. Jetzt nehmen wir die Elektrode und setzen diese feuchten Plättchen wieder hier in die Elektrode ein. Wichtig ist dabei, dass keine Feuchtigkeit irgendwie hier über den Rand rüberläuft und hier hinten sich Feuchtigkeit bildet. Keine Kochsatzlösung hier hinten dran, sondern wirklich nur, dass das Ganze hier vorne an der Elektrode dran bleibt. So können Sie gut sehen. Okay. Gut. Das war's. Und jetzt schauen wir uns an. Wir brauchen die schwarze Elektrode am Kopf. Die lässt sich nur auf eine Weise hier in diese Elektrode reinklippen. und sitzt dann hier bombenfest an diesem Druckknopf dran. Und dementsprechend müssen ja die anderen beiden Kabelenden das gelbe Kabelende, der eine Druckknopf sein. Auch das lässt sich nur so ranklippen, dass das Kabel nach hinten hier von der Elektrode so weggeführt wird. und genauso das andere Kabel hier auf diese Weise. Und nun brauche ich nur noch die Ohrclips an die Ohren tun, wobei es egal ist, welches Ohr Sie für welches Kabel nehmen. Das eine ist die Referenz, das andere ist die Erdung. Die Referenz bildet einen Nullpunkt. Die Erdung ebenso ist für die Messung unablässlich. Und da beide Ohrläppchen ein Nullpunkt sind, ist es egal, wie rum Sie das machen. Das können Sie sich selbst aussuchen. Und dann kommt diese Elektrode und wird unter dieses Band geschoben, und zwar von hinten, damit mir das Gerät und das Kabel nicht im Gesicht rumbaumelt oder vor den Augen hier rumbaumelt. Schiebe ich es so unter diese Stelle hier, wo ich diese weiße Position fühle. Ja, nun sieht das Ganze so aus. Ich habe das Gerät jetzt hier, und damit ich es nicht die ganze Zeit festhalten muss, nehme ich mir diesen Clip hier und befestige mir das Ganze hier an meinem Pullover. Das kann ich auch erst mit dem Clip tun oder mit dem Gerät. Das ist ein bisschen Übungssache. Soweit. Und dann sitzt das Ganze hier an der Seite. Ich kann es noch ein bisschen hier weiter rüber schieben, damit die Kabel nicht stören. Sieht ein bisschen lustig aus, aber ist im Prinzip total einfach, harmlos. Und nun haben wir hier drei Elektroden. Eine Messelektrode, eine Referenzelektrode, die weiße, und eine Erdungselektrode, die gelbe. Und nun muss ich das Gerät noch einschalten. Das vergisst man meistens gerne. Und zwar hier an dem schwarzen Knopf. Ein Druck auf den schwarzen Knopf. Und das Gerät macht kurz, vibriert kurz. Und startet, dabei blinkt hier auch eine Elektrode, äh, eine Lampe, gelb. Und wenn das Gerät vollständig gestartet ist, dann leuchtet es blau. So, wir wechseln auf mein Desktop und Sie gehen auf die Webseite eSense-eigenius.com Das ist unsere Applikation und ganz wichtig, benutzen Sie den Chrome Browser und haben Sie auf Ihrem PC Bluetooth bereits eingeschaltet. Jetzt geht es also hier auf der Webseite mit der App weiter, nachdem ich angeschlossen bin. Wir wollen gucken, ob ich das ausreichend gut gemacht habe oder ob wir noch mal ein bisschen die Elektroden noch etwas mit Kochsalzlösung weiter befeuchten müssen, ob das Signal also vernünftig ist. Und dann kann es mit dem Training auch gleich losgehen. Wenn Sie das allererste Mal auf diese Webseite gehen, dann müssen Sie sich zuerst einen Account registrieren. Vielleicht haben Sie bereits von Ihrem Supervisor oder Ihrer Supervisorin einen Einladungslink bekommen, um sich hier für einen Account zu registrieren. Falls nicht, können Sie das hier oben rechts bei kostenloses Konto erstellen selber tun, müssen ein paar Angaben machen und müssen ganz wichtig Ihren Supervisor aus der Liste der verfügbaren Supervisoren wählen, die hier mit Initialen und ID abgekürzt sind. Die ID bekommen Sie also von Ihrem Supervisor. Sollten Sie selbst Supervisor sein, dann können Sie das hier auch angeben und das geht nur als Registrierung mit einem Spezialkode von uns. Das ist also die Registrierung für die Neurofeedback-Trainierenden und ich habe hier so ein Test-Account mir bereits einmal erstellt, ein normales Trainingskonto, kein Supervisor jetzt, also ein normales Nutzerkonto und logge mich damit jetzt einmal hier ein und als allererstes landen Sie dann hier auf der Profilseite. In einem separaten Video erkläre ich diese App ganz im Detail, wie das Ganze abläuft. Jetzt geht es erstmal nur darum, wir verbinden uns mit dem Gerät und klicken hier oben auf Verbinden und sehen das Gerät und klicken im Weiteren auf Koppel. Mehr ist es nicht. Das Gerät muss blau leuchten. Und wenn es das tut, dann kann es sich verbinden, dann wird es automatisch gefunden. Sie müssen an Ihrem PC Bluetooth aktiviert haben. Sie müssen einen Bluetooth, mindestens Bluetooth 4 Low Energy unterstützenden Chip haben oder Treiber haben unter Windows, unter Mac. Das ist Standard. Und dann wird unter dem Chrome Browser, Microsoft Edge geht auch noch, aber andere Browser wie Safari oder Firefox funktionieren nicht. Also ganz, ganz wichtig, deswegen sage ich es nochmal, bitte benutzen Sie den Google Chrome Browser, den es unter Windows, unter Mac gibt, hier zum Verbinden, weil jetzt eine direkte Bluetooth-Verbindung mit dem Gerät und der Web-Applikation, wie wir das hier nennen, hergestellt wurde. Das heißt, das gesamte Training findet bei Ihnen im Webbrowser statt. Auch der Trainingsbildschirm ist hier im Webbrowser zu sehen. Sie sehen, ich bin jetzt verbunden mit dem Gerät seit knapp einer Minute, was man hier oben an der Leiste sehen kann. Und ich kann das vielleicht nochmal ein bisschen reinzoomen hier auf der Seite. So, haben wir es mal ein bisschen größer. Und Sie sehen, naja, so gut sieht es nicht aus, wenn man es zu sehr reinzoomt. Sie sehen hier die Kanal 1 Kiloohm in Gelb. Warum ist das Gelb? Das ist so Mittelgut. Grün ist unter 10 und Rot ist über 20 und Gelb ist eben zwischen 10 und 20. Wir sagen jetzt 12,5. Das heißt, die Elektronen sitzen schon ganz ordentlich, können noch ein bisschen besser sitzen, könnten auch schlechter sitzen. Und deswegen positionieren wir die Elektroden nochmal neu. Das Video, was ich jetzt hier gerade Ihnen zeige, das können Sie auch nochmal hier jederzeit zum späteren Zeitpunkt nochmal unter diesem YouTube-Button hier abrufen. Und hier rechts können Sie Ihre Sprache umstellen von Deutsch und Englisch, falls das wichtig ist. Und sehen hier den Batteriezustand und den Verbindungszustand in grün zu dem E-Sense, E-Genius-Gerät, was jetzt hier verbunden ist. So, ich zeige Ihnen mal, was passiert, wenn ich jetzt an der Elektrode hier drücke, dann bekommen wir die Kiloohm runter auf 6, 7, wie ich sehe. Wenn ich wieder loslasse, wird es wieder etwas schlechter, aber es ist auf einmal bei 9, 9,4. Was ist passiert? Durch das Wackeln, Drücken, ein bisschen Andrücken, ein bisschen Verschieben, das bringt sehr, sehr viel, wurde die Kochsalzlösung nochmal so ein bisschen in die Haut massiert, hat sich mit der Hautoberfläche besser verbunden. Wenn Sie viele Haare haben, brauchen Sie mehr Kochsalzlösung, weil auch die Haare etwas Kochsalzlösung aufnehmen und dementsprechend muss es etwas feuchter sein, sodass Sie da wirklich einen guten Kontakt haben. Das gleiche funktioniert bei den Ohren auch, man kann ein bisschen drücken, ein bisschen quetschen und kann dadurch, wenn ich jetzt mal das Ohr hier quetsche, sehen Sie mal, 5 Kilo Ohm haben wir jetzt oben in der Leiste jetzt auf einmal. Wenn ich wieder loslasse, wird es wieder etwas schlechter. Also auch das nochmal verbessert das Ganze, aber wie Sie haben gesehen, es hat ausgereicht mit dem bisschen Kochsalzlösung, haben wir eine schöne elektrisch leitende Verbindung, die jetzt hier das EEG erfasst. Ja, das ist es eigentlich schon. Sollte der Kontakt nicht gut sein, ja, was machen Sie dann? Wir nehmen mal eine Elektrode wieder ab und wenn ich sie abnehme und in der Hand halte, sehen Sie, dass es ganz schlecht wird auf 570 Kilo Ohm jetzt in Rot. Ich würde dann also nochmal hier die Elektrode nehmen, habe sie hier so in der Hand, kann sie so ein bisschen aufbiegen, vorsichtig, nehme dann mit der anderen Hand die Kochsalzlösungsflasche und tropfe nochmal ein, zwei weitere Tropfen hier, die sich sofort in das Filzplättchen hier einsaugen. Also kann ich auch jederzeit hier nochmal machen, wenn ich das Gefühl habe, das wird zu trocken oder der Kontakt wird schlechter und habe das Ganze jetzt noch etwas besser befeuchtet und wir sehen 6 Kilo Ohm wunderbar, ja, ohne sonstige Hautvorbereitung. Also es ist zwar ideal, wenn die Haut etwas fettfrei ist, also wenn man vorher vielleicht einmal die Stellen gewaschen hat, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Das funktioniert gut, ohne dass man jetzt irgendwelche extra Pasten oder Gele braucht. Ja, das soll es erstmal gewesen sein in diesem Video zur Applikation der Elektroden, der Kappe, dem Gerät, dem Anschließen, wo kommt welche Elektrode hin und dann am Ende dem Inbetriebnahme und dem Verbinden mit dem Browser, mit der Webapplikation. All das haben wir jetzt hier gelernt. Schauen Sie sich das Video gerne noch einmal an, kurz bevor Sie mit dem Training beginnen und sollten Sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, schreiben Sie es bitte in die Kommentare unter dem Video und wir helfen Ihnen direkt weiter mit dem Elektrodenkontakt. Sollten Sie es einmal nicht schaffen, obwohl Sie die Elektroden gut platziert haben und genügend Kochsatzlösungen appliziert haben, dann nehmen Sie bitte eine der Ersatzelektroden, vielleicht ist irgendetwas mit der Elektrode nicht in Ordnung, wechseln Sie das Filzplättchen aus, mehr kann man aber dann am Ende auch nicht tun. Es muss gelingen und es gelingt auch immer dann die Impedanzen gut hinzukriegen. Möglichst unter 10 Kiloohm, zwischen 10 und 20 ist auch noch in Ordnung, wenn Sie nicht viel Zeit haben, halten Sie sich nicht auf, um noch 1-2 Kiloohm das Ganze zu verbessern, diesen Übergangswiderstand am Kopf, sondern legen Sie los. Nur über 20 Kiloohm darf es nicht sein, sonst wird die Messung auch unterbrochen, sonst kriegen wir zu viele Störungen rein. Deswegen also mindestens 20 Kiloohm als Mindeststandard für eine gute EEG-Messung zu Hause oder in welchem Umfeld auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei den anderen Videos zur Webapplikation.